...letzten Versuchs. Genau, wir hoffen, es sieht aus, als ob es ein bisschen Gegenwind gibt. Komm, der deutsch-schweizer Watt-Fuhr, auf geht's! Ja, im Frauenfeld hat er bewiesen, dass er mit Gegenwind-Verhältnissen gut springen kann. Jetzt ausgeruht. Oh, wie der Hammer, das ist noch einmal in den 70-80er-Bereich rein. Ob es weiter ist, das mag ich zu verzweifeln. Hast du die Windangabe gesehen, noch nicht? Nein, noch nicht. Minus 1,0. Ja, ein bisschen Gegenwind, aber nicht so viel. Oh, 7,99. Da haben wir uns aber ziemlich verschätzt. Noch einmal fast 8 Meter. Also, er wird seinem Ruf gerecht. Er ist der Meister der letzten Versuche. Da denkt man jedes Mal, wieso kann er sich mental nicht sagen, es ist jeder Versuch der letzten Versuche. Unglaublich stark. Ja, Simon E. Hammer werden wir sicher gleich bei Alex sehen. Er braucht nicht viel Erholungszeit für sein Interview. Du und Alex. Deine flock. Naฟage. ün Erholungszeit für sein Interview. Deine. ербl